Musik Darf Sie herzlich willkommen heißen bei unserem heutigen Thema. Die steht unter dem Motto 100 Jahre Bundesverfassung. Und wichtige Punkte auch in diesem ganzen Zusammenhang wären zum Beispiel auch, das wird aber eh schon diskutiert oder wurde diskutiert, Zusammenlegung gewisser Kammern, wie zum Beispiel unseren sehr geschätzten Nationalen und unserem Bundesrat. Ist das ein Hotel überhaupt was Klassens für einen Verfassungsschutz, bei dem würden wir es im Bundeskanzleramt herauslösen? Das eigene Behörde. Und das kann sein, dass der Verfassungsschutz ... ... um den Schutz unserer Verfassung, um unseren Schutz unserer Grundrechte und die Menschenrechte. ... ganz schön. Und jetzt war es ein bisschen, aber es ist ein bisschen das ... Und das ist ein bisschen mehr Zeit. Und wir sind keine Nazis! Ich bin Türke! Wir sind auch noch Musiker, die sind momentan jetzt noch nicht da. Ich wollte jetzt meine Rede halten, weil wir haben ja quasi keine Rede gehalten. Wir haben die Rede weltweit!